Hallo liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum 52. Podcast des Klinikums Fürth mit Informationen aus dem Krisenstab und aus der Klinikumsleitung. Mein Name ist Manfred Wagner, ich bin medizinischer Direktor und alle Informationen, die Sie jetzt hören, haben den Stand von Donnerstag, den 18. Juni um 15.30 Uhr. Nachdem unser Mitarbeiter-Podcast in der vergangenen Woche ja eine Pause eingelegt hatte, halte ich Sie heute wieder mit aktuellen Themen aus unserem Klinikum auf dem Laufenden. Denn obwohl wir in der letzten Woche keinen Podcast veröffentlicht haben, stand die Arbeit in der Klinikumsleitung und im Krisenstab dennoch nicht still. Also es gibt heute eine Zusammenfassung der Tops der letzten und der aktuellen Woche. Und ich starte gleich mit der besten Nachricht, denn seit Mittwoch, den 10.06.2020, also seit jetzt inzwischen über einer Woche, sind wir im Klinikum Covid-frei. Der zuletzt auf unserer Intensivstation versorgte Patient wurde in der letzten Woche zweimal negativ getestet und befindet sich auf dem weiteren Weg der Genesung. Im Allgemeinen zeigen sich die Fallzahlen an Covid-Patienten in Stadt und Landkreis Fürth stabil bis nur geringfügig steigend. Und auch für die im stationären Setting zu versorgenden Patienten ist die Fallzahl mittlerweile deutlich rückläufig. So befinden sich im gesamten Großraum derzeit noch 25 Patienten in stationärer Behandlung, davon fünf intensivpflichtig. Gegenüber dem Vormonat mit damals 96 Covid-Patienten, davon 25 auf der Intensiv, hat sich im Großraum die Fallzahl also damit quasi geviertelt. Nun gibt es ja zur Versorgung der Corona-Patienten weiterhin die Allgemeinverfügung der Bayerischen Staatsregierung. Und ich hatte Sie ja schon vor der Urlaubspause informiert, dass es die Regierung von Mittelfranken uns nun erlaubt hat, anstatt der an sich 25 bis 30 freizuhaltenden Normal- bzw. Intensivbetten nun jeweils nur 15 Prozent unserer Betten für die Behandlung von Covid-Patienten bereitzuhalten. Durch diese Regelung, die vorerst mal noch bis zum 31.07. gilt, aber auch durch die Freigabe der Belegung bei uns wieder auf maximal drei Bettzimmer, gewinnen wir wieder mehr Kapazitäten für planbare Eingriffe und stationäre Aufnahmen von Non-Covid-Patienten. Durch unsere Hygieneabteilung werden Begehungen der drei Bettzimmer angeboten, einfach auch um noch mal zu klären, inwieweit da die Abstandsregelungen und so weiter durchführbar sind und einzuhalten sind. Weil prinzipiell sind natürlich für die drei Bettzimmer die Hygienebestimmungen einzuhalten. Und da war jetzt Diskussion, wie ist es mit dem 1,5 Meter, gilt es von Bettrand zu Bettrand oder von Mittelachse zu Mittelachse. Und wir haben gesagt, das wird man wahrscheinlich jetzt nicht so generell regeln können, sondern am besten ist, für die wenigen Zimmer, die das betrifft, wo das strittig ist, kommt einfach die Hygiene vor Ort und kann sich das mal anschauen. Natürlich müssen die Patienten in diesen Zimmern auch negativ getestet sein. Dann noch ein paar weitere Informationen zum zukünftigen Betrieb unserer Stationen. Um weitere Bettplätze und Versorgungsmöglichkeiten in den grünen Bereichen zu erhalten, wurde mit dem gestrigen Stationen die Station 38 in den grünen Betrieb überführt. Und auch die Station 18 wird wahrscheinlich ab morgen jetzt so sukzessive zu einer grünen Station mit maximal 26 Betten. Die Station 11, die bereits im grünen Betrieb ist, wird mit fünf Betten durch die Augenklinik und zwei Betten durch die HNO-Belegärzte betrieben. Der Rest der Station 11 wird durch die Chirurgie betrieben. Die Station 32, die im Moment ja zum Teil saniert wird, da sind ja sechs Betten betreibbar. Die werden in Zukunft durch die Internisten betrieben. Und auf der 31 sollen wieder ein bestimmter Bettenpool an flexiblen Betten für die Belegung bereitgestellt werden. Aber genaueres gibt es dort über die Beleger. Prinzipiell ist aber die Station 31 chirurgisch. Dann noch ein Wort zu den Besuchsregelungen. Nachdem immer mehr Stationen in den grünen Betrieb wechseln, erhöht sich auch die Anzahl der Besucher in unserem Klinikum. Das merken ganz besonders die Mitarbeiter an der Pforte und vom Sicherheitsdienst an den Eingängen. Wir möchten Sie nochmals daran erinnern, dass derzeit nach wie vor nur ein fester, in Orbis eingetragene Besucher pro Patient kommen darf. Ausnahmen lediglich bei Patienten in der Kinderklinik oder bei sterbenden Patienten nach Rücksprache mit dem Stationsarzt. Nachdem sich aber gestern schon bayernweit die Anti-Corona-Maßnahmen deutlich gelockert haben, sind auch hinsichtlich der Besuchsregelungen für Krankenhäuser Änderungen angekündigt. Und die befinden sich derzeit noch in der Bearbeitung in den Ministerium. Aber sobald wir hierfür was wissen, werden wir entsprechend reagieren und Sie dann auch informieren. Wir haben auch beim Thema Tragen der persönlichen Schutzausrüstung eine Lockerung vornehmen können. So wird in den grünen Stationsbereichen nach aktuellen hygienischen Analysen das Tragen des medizinischen Mund-Nasen-Schutzes sowohl im Mitarbeiter- aber jetzt auch im Patientenkontakt als ausreichend bewertet. Vorerkrankte oder schwangere Mitarbeiter können aber nach eigenem Ermessen weiterhin eine FFP2-Maske benutzen. Im gelben Bereich ist weiterhin im Patientenkontakt die FFP2-Maske zu tragen. Ansonsten bleibt generell das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes auf dem Klinikumsgelände als Richtlinie bestehen und die Abstandsregelung von 1,5 Meter gilt natürlich weiter. Wir hoffen, dass wir jetzt vor allem durch die Veränderung auf den grünen Stationen und die Reduktion der FFP2-Maskenpflicht gerade in den jetzt vielleicht kommenden wärmeren Tagen auch eine Entlastung für unsere Mitarbeiter hinbekommen. Und dann noch ein Update zu den Fortbildungen, zu denen uns immer wieder Fragen erreichen. Seit dem 15.06. sind die Reisebeschränkungen in den meisten europäischen Ländern wieder aufgehoben oder zumindest stark gelockert. Dies erlaubt nun auch wieder Fortbildungen, die im Ausland stattfinden. Bitte prüfen Sie aber unbedingt, ob nicht doch einzelne Reisewarnungen für die Zielländer vorliegen. Fortbildungen im Inland sowie bei uns im Haus sind ebenfalls wieder zulässig, sofern der Veranstalter ein Hygienekonzept vorlegen kann und der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen allen Teilnehmern gewahrt werden kann. Dann noch ein Wort zu unserem internen Auditwesen. Uns ist es wichtig, dass die Qualität unserer Arbeitsprozesse und Behandlungsergebnisse auch unter Corona nicht leidet und auch weiterhin unsere internen Audits zur Prozesserhebung und Verbesserung stattfinden. Bis auf Weiteres werden in diesem Jahr die internen Audits aber ausschließlich in schriftlicher Form, das heißt ohne Vorortbegehung, durchgeführt. Damit kann der Prozess Auditwesen trotz der Corona-Pandemie aufrechterhalten werden und bevorstehende Rezertifizierungen oder Zertifizierungen und Überwachungsaudits nicht gefährdet. Unser QM-Kernteam hat die entsprechenden Fragelisten bereits erstellt und für die internen Auditoren im Auditmanagementsystem zur Verfügung gestellt. Und, wie es schon üblich ist, auch heute wieder zum Schluss eine positive Geschichte. Ich bin gestern auf dem Weg zum Parkhaus, zwei Intensivschwestern begegnet, mit denen ich viele Jahre zusammen auf der Intensivstation gearbeitet habe. und mit denen mich immer noch ganz viel verbindet. Und die beiden haben auch die großen Teile oder haben große Teile der Schulungen für die Mitarbeiter durchgeführt, die wir jetzt im Rahmen der Pandemie geschult haben, um von Normalstationen bei eventuellem Bedarf der Ausweitung der Intensivkapazität eben auch Intensivpatienten versorgen zu können. Und die beiden haben wir nochmal von dem riesig großen Engagement und der Bereitschaft aller Mitarbeiter berichtet, im Rahmen der Schulungen sich auf das Neue einzulassen und trotz dieser ungewohnten und zum Teil auch unsicheren Situation sich da voll reingehängt in die Schulungen. Und ihnen hat es selber viel Spaß gemacht, aber ihnen hat es vor allem Spaß gemacht zu sehen, wie da alle mitziehen. Und das kann ich auch als kleines Resümee aus dieser Krise nur mitnehmen. Mich hat es wirklich bei allem Stress und allen Nerven, die diese Krise gekostet hat, mir hat es viel Spaß bereitet zu sehen, wie viel bei unserem Klinikum geht, was wir alles erreichen können, wenn wir zusammenhalten und wenn wir alle gemeinsam in eine Richtung ziehen. Und das sollte man uns unbedingt erhalten, jetzt auch für die momentane Zeit der Entspannung. Ja, in diesem Sinne werde ich mich nächste Woche wieder bei Ihnen melden. Bleiben Sie einstweilen gesund und zuversichtlich. Ihr Krisenstab, das Klinikum Fürth. Klinikum für's.